Ja, Leute, kennt ihr das? Wenn die einfachsten Sachen nicht funktionieren, nur weil nicht alle richtig mitmachen. Ich war neulich bei Ikea. Ich sollte drei Lampen bei Ikea besorgen und jetzt hatte ich diese drei Lampen und bin mit den Lampen zur Kasse gegangen. Und zwar zur Expresskasse, da wo man die Ware selber einscannt. Und da gibt es einen Aufpasser, der passt darauf auf, dass die Kunden das richtig machen mit dem Einscannen der Ware. Und dieser Aufpasser, der bei mir genau darauf aufpassen sollte, der hat bei mir nicht richtig aufgepasst. Ich bin rausgegangen aus dem Ikea und ich habe gesehen, ich habe nur zwei Lampen bezahlt. Da habe ich gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein. Nicht schon wieder.